Was ist denn passiert? Ach, nur eine Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Die Bade ist nass geworden. Ja, dann... Danke für alles und viel Spaß. Ja, dir auch. Ja, danke. Komm doch noch kurz mit in die Bar. Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und an meine Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Pure Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und... nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Wie? I destroy his livelihood. One week later, something happens that somebody can use to destroy my livelihood. You know what you imply? A deliberate cold-blooded murder of an innocent and animal of third body. You only know the business part of our fight. You only know the business part of our fight. There's a private one, too. Alexander Berg has not only stolen my patent, but my wife, too. Well, I've asked myself a few times why you are so relentless against Berg. So, let's go.